Herzlich willkommen zur Talk24 am 14. Oktober. Das Landgericht Cottbus hat entschieden, dass Skonti im Direktgeschäft Auswirkungen auf die Preisbindung haben. Demnach dürfen Rabatte jeder Art ausschließlich aus dem variablen Teil der Großhandelsmarge gewährt werden. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale gegen einen Reimporteur. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Nicht alle Apotheken haben den Hochdosis-Impfstoff Efluelda von Sanofi direkt bestellt. Ab der kommenden Woche können sie die Vakzinen auch über den Großhandel beziehen. Scham und Tabus gehören zum Apothekenalltag und meistens wissen die Teams in den Apotheken damit auch gut umzugehen. Doch es kommt immer wieder zu peinlichen Momenten auf beiden Seiten des HV-Tischs. Darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts nur mal so zum Wissen. Und Coach und Therapeutin Stefanie Rieth gibt im Gespräch mit Apotheker ad hoc nützliche Tipps zum Umgang mit vermeintlich peinlichen Situationen. Das Informationsportal Rote Liste wird künftig von Bertelsmann geführt. Die bisherigen Gesellschafter, die Pharmaverbände BPI und VFA, haben das Unternehmen verkauft. Leo Pharma hat aktuell Probleme, alle Packungsgrößen der antibiotischen Fuzidinesalbe zu liefern. Sie wird bei infizierten Hauterkrankungen eingesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.